Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Plays House of Public Commando. Nach wie vor suchen wir unser kampfunfähiges Teammitglied, sein Teammember. Wir waren hier noch nicht überall. Zurück Deltas. Wir müssen auch schon die Jet Trooper bebekommen. Nix noch mehr Futter für euch, mehr Futter für mich. Bittes 300. Bittes 300. Checkport. Los los. Verdammt laut mir, Geschütze. Sie halten 6-2 in einer dieser Zellen fest. Finden Sie die Steuerung des Zellentrakts. Genehmigen Sie sich etwas, Bagdad. Wenn dabei. Ah, viel besser. 4-0 lädt nach. Guter Schuster. Nein! Ah! 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 Hier ist er drin, muss er kommen. Ich bin davon aus, bin ich gerade auch nicht sicher. Aber nur, falls die einzige Zelle ist. keine Ahnung auf den Ort. Nein, du so. Gehe in Deckung. Ich bin davon aus. Ich bin davon aus. Wir haben die Anmeldung. Ich bin davon aus. Es muss jemanden aus. 287, rechte Seite am Ende des Gangs. Delta 6 2 geoutet. Habe ich irgendwas verpasst? Nein, haben Sie die Daten? Ja, Sie haben mich durchsucht, aber ich hatte die Daten gut versteckt. Wo genau? Das wollen Sie gar nicht wissen. Ja. Alles klar, Deltas Bewegung. Ich dachte, Sie würden nie fragen, so. Die Feinde haben gerade die Barrikade gesprengt. Vorsicht, der Feind hat Verstärkung angefordert. Oh, das ist nicht gut. Du! Du! Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Ja, Sir. Ah, schießen wir um. Das Teleklima ist ja natürlich immer wieder vereint. Allzeit bereit, Sir. Position ändern, Delta. Sie eliminieren. Nein. Ja, ich würde die Bayern helfen, aber ich bin beschäftigt. Ich habe ziemlich was abgekriegt. Weil es mir viel Kappein ist. Was ist das? mal normal neben dem sich etwas backtab ab nach der prozedur einleiten 7 unser freund und helfer Wie meine andere Wahl, oder was? Man hat mich zwar langsamer, aber effektiv. Taktische Überlegenheit. Nein, du Lappen. Der ist erledigt. Der ist erledigt. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Sie erleben einen meisterschätzenden Aktion. Öl 7 ist allsackbereit. Ich hab die Mücke auf die Tasse zugeschlagen. Das ist ein Ex-Feind. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Och nö, Geschätze. Gehen wir rein, leise. Das hat geholfen. Auf die leise Tour, Delta. Roger, Sir. Ich bin gleich fertig. Grün heißt los. Sklavenhändler. Ziel eliminieren. Treffer bestätigt. Ziel eliminieren. Verge. 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 ich habe mehr Nahkampfkills als Kills sind im gesamten Spiel das ist immer die Kanzler musst du unbedingt so eine Sauerrei veranstalten Regel 17 immer vergewissern dass sie tot sind scheint ziemlich tot zu sein jetzt ist er es ja so vielen Dank Sir ich bin wieder okay wir stecken uns nach Sklaven in deinen Freund Danke Sir, guter Schuss verdammt eine Mine Sequenze entschärfen ja Sir 4-0, wir sind die Begründung ich muss nachladen du kannst mich mal dran du hör mal ran zu dies ist ein Sperrgebiet automatische Sicherheitssysteme sind online Digga, komm schon ihr wisst was das bedeutet mehr Geschütze gehen wir rein, leise 4-0 lebt nach Ziel eliminiert fertig und wenn sie nicht rum nehmen sie Bacta-Soldat Roger, wurde Bacta Ziel eliminiert Bacta verabreichen Nein, stopp, das ist schon der ist und will sie nicht rum nehmen sie Bacta-Soldat bis zum parkverlangen Echst nicht rum nicht rum traurig sauberer Schuss sie Bacta jetzt bin ich schon unterwegs fühle mich wieder gut 3 exo ist er macht das ist auch ein bisschen hier was wird leider sein denn es ist mittlerweile schon mal sehen was auf der anderen Seite ist lassen sie mich kurz nachdenken entscheiden sie sich Sklavenhündler noch ein Träger ein Lobby die ganzen Waffen Troide eliminiert gebt mir Rückendeckung gleich habe ich das Sprengsatz Schaste diese Tür führt zur Brücke wir sollten mit einer Begrüßungsfeier rechnen jetzt erledige ich erstmal reihenweise Feinde wenn ich sie nicht vor dir erledige konzentriere dich bloß nicht so stark auf Pfählen dazu vergisst mir Deckung zu geben die 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 sie die problem um die Kurs die Nehme-Geneßig etwas weiter das was herrlich ist ich weiß doch hier drin ist irgendwas nützliches öffnen Sie jetzt die Tür Soldat! Warten Sie noch! Ich versteh nicht was Sie vorhaben, 3-8! Ich suche nur eine Granate In Deck aus Sklavenhändler Kummel, da kummel, da kummel, da kummel Präzisionsschuss vorbereiten Röcker zu Ihrem Tier vor Ein sauberer Treffer, Sir Fein verpackt und verschnürtet Neutralisiert Scorch in Position Au! Pfff Es wird nur ausgezeichnet, die D7 Position ändern, Delta Heilen Sie sich, Delta Ich dachte, Sie würden nicht fragen, so Ziel eliminieren Die Deckung! Ja! Ich bin wieder aufgeregt Einfach versenken zu haben Ich muss nachladen Ziel eliminieren Auf! 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 Ja! Sieht jemand den Störsender? Störsender lokalisiert Noch mehr Droiden! Deckung! Der Nächste bitte! Der Nächste bitte! Oh ja! Ah! 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 Oh! Nein! Ah! Ah! Zeigen Sie, was Sie können, Kommando! Ziel Position! 6-2 am Boden! 6-2 am Boden! Zurück, Deltas! 2-7 hat verwischt! Metallmonster! Zurück, Deltas! Zurück, Deltas! Wir haben den Team Leader verloren! Wir haben den Team Leader verloren! Ich brauche den Team Leader! Kacke, wir haben verloren, wir haben verloren, wir haben verloren! Ich brauche Deckung! Diese Tür führt zur Brücke! Wir sollten mit einer Begrüßungsfeier rechnen! Jetzt erledige ich erstmal reihenweise Feinde! Wenn ich sie nicht vor dir erledige! Deckung, Deltas! Konzentrier dich bloß nicht so stark auf den Fehlender zu vergiss, mir Deckung zu geben! Eindruck, Deltas! Sauberer Treffer, Deltas 3-8! Fühl du mich wieder gut? Oh! 5 ... Na, ja! Dann. Ich habe keine Sniper-Money mehr! 5. 5... Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Ja, Sir. Die Tonator platziert. Gesichert. Achtung, Granate! Tür okay. Machen wir sie fertig. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bacta, Soldat. Rettung unterwegs, Sir. Bacta war abreichend. Sieh aus dem Lehrbuch, Sir. Oh, Medikamente. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bacta, Soldat. Bin dabei. Granate. Trando erledigt. 6-2 muss nachladen. Bleistet, den Knopf. Oh, 6-2 hat erwischt. Hilt die? Halt doch den Tonator! Wir haben wieder gefallen. Zerstört diesen Drogen. Dann sofort. Nein, nein, nein. Das geht nicht gut. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Wir machen sie alle, Delta-Team. 9-9-9-9. Sperr's, die Klappe in den Augen. Zwischen, wir sind die Klappe in den Augen. Ziele k eliminiert. Geschafft. Großartiger Schuss, Delta-3-8. Ah. Ah. Ja, Delta-3-8 verloren. ich muss nachladen Oh, ich bin zurück und einsatzbereit. Von hier kriegen wir sie nicht. Gehe in Position. Vielleicht da oben bei der Plattform. Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta, Delta. Ich dachte, sie würden nie fragen, Sir. Ich bin okay, easy. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Fang an. Manöver abbrechen, Delta. Bacta-Prozedur einleiten, Delta. Ja, Sir, bin unterwegs. Halt noch nicht. Entscheiden Sie sich, Sir. Ah, viel besser. Bacta-Prozedur einleiten, Delta. Bin schon unterwegs, Sir. Mal sehen, was auf der anderen Seite ist. Ja, Sir. 4-0 wieder auf 100%. Lassen Sie mich kurz nachdenken. Manöver abgebrochen. Ja, Sir. Ich glaube, wir müssen mal wissen, was da passiert. Platziere Sprengnass. Wir sichern's. Achtung, Granate. Oh, ich habe noch nicht gemacht. Durch Buchen folgt. Gehen wir. Gehen wir. Nein, manchmal frage ich mich, ist das Spiel überhaupt real? Egal, dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.